Wieso passiert das immer? Jo Leute Wasser, willkommen zu einem neuen Team Frühling Video. Heute gehen wir einkaufen. Und wir waren letztes Jahr irgendwo, wo es so ein Roof Gap hatte. Da wollen wir wieder hingehen. Heute versuchen wir gerade das Auto zu starten, weil Micha hat vergessen das Licht auszumachen. Das finde ich nicht. Sag das nicht. Das sei safe nicht. Auf jeden Fall, wenn du es hinkommst. Ich habe jetzt den Latz. Auf jeden Fall versuche ich gerade eine Ersatzbatterie anzuschließen. Du musst jetzt das an dieses Zeug hier unten schliessen. Also warte, ich werde halten. Und sobald der Lias gestartet hat, muss man es gerade wegnehmen. Also sobald das Auto läuft, dann kannst du es gerade wegnehmen. Wie macht es Theorie? Leute, auf jeden Fall habe ich es geschafft, das Auto wieder anzumachen. Wir fahren gerade beim Berg hinunter. Der sieht ja überst sick aus. Fl continental Let's go! Leute wir müssen gerade achten. Ich würde mich jetzt an den Schuhen anziehen. Wir sind gerade schon. Hey Rafi, wo sind wir? Gehen wir jetzt dann einen WC für euch? Das ist ein Frontflip. Wir haben uns geschehen! Wir haben uns geschehen! Leute, wir müssen gerade von der Security wegrennen weil die uns gesehen haben Moni kommt von ganz vorne wieder zurück Dann gehen wir wieder runter Musik 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 Ok, sorry! Das ist weit! Ja Mh, mach das! Oh! 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 Arm! Oh! 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 Bis zum nächsten Mal.